Die geheimen Hebel des Warren Buffett und heute sprechen wir über den ersten von insgesamt dreien. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp Malte-Lingner und ich hoffe, du hattest bisher einen erfolgreichen Tag. Ja, wir sprechen wirklich ohne Clickbait über die geheimen Hebel des Warren Buffetts, denn es gibt sie und die tragen maßgeblich dazu bei, dass die Strategie, die er verfolgt, so erfolgreich ist. Und ich habe schon vor einiger Zeit die ersten Biografien über Warren Buffett gelesen, als ich mich angefangen habe, mit dem kompletten Thema zu beschäftigen. Und ich habe auch die ganz dicke Biografie von Warren Buffett gelesen zur, ich glaube, Alice Schröder, »Das Leben ist wie ein Schneeball«, in dem ja eigentlich sehr, sehr kleinschrittig auch alle Deals und die einzelnen Sachen beschrieben wurden. Und in dem Buch wird es ja auch genannt, dass, ich glaube, Derivate an sich eine tickende Zeitbombe sind. Und da die Optionen unter die Derivate fallen, dachte ich eigentlich auch zu dem Zeitpunkt, ja, wahrscheinlich hat er dann nicht allzu viel mit Optionen zu tun. So, ich bin dann aber irgendwann darauf gekommen, als ich mich mit Optionen beschäftigt habe, dass er eigentlich nichts anderes macht. Und Optionen sind ein sehr, sehr großer Bestandteil mittlerweile von dem, was er macht. Und bei Optionen sind es eigentlich zwei Vorgehen, die er nutzt. Er nutzt es zum einen bei der Akquisition von Firmen, denn was macht er da? Er kauft sich einfach nackte Put-Optionen, bekommt sofort Geld, was er dann wieder zum Investieren nutzen kann. Und wenn der Put nicht ausgeführt wird, kann er das Geld behalten und er senkt damit seinen Einstiegskurs. Oder sie laufen hin und er bekommt das Unternehmen zu einem Preis, wo er eh wahrscheinlich sagen würde, ich nehme es ab. Und dazu habe ich zwei Artikel, die ich mal hier eigentlich besprechen wollte. Und der eine ist von Guru Fokus von 2014. Und der heißt Warren Buffett's Little Secret. Ich habe den hier gerade auf dem Rechner auch auf. Ich blende den euch jetzt gerade mal ein. Und da werden eigentlich zwei Beispiele genannt. Und das größte Beispiel oder das Beispiel, auf was man dann auch immer wieder trifft, ist die Akquisition von Coca-Cola, wo insgesamt im April 1993 30.000 Kontrakte an Optionen geschrieben wurden. Das sind dann da eine Option, immer 100 Aktien oder 100 Underlyings sind, 3 Millionen Aktien gewesen. Und er hat dadurch seinen Einstiegskurs deutlich senken können. Und weil er pro Aktienoption, die er geschrieben hat, bei 35 Dollar steht hier, 1,50 Dollar Prämie erhalten hat. Aber auch in anderen Akquisitionen, wie zum Beispiel von Burlington North Sun Santa Fe, das fand ich in dem Artikel so spannend, haben sie dann genau darauf im SEC-Filling, also das, was Berkshire Hathaway auch veröffentlichen muss, mal nachgeguckt. Und dort wurden diese einzelnen Optionen halt auch ausgewiesen. So, das ist der eine Teil von den Optionen, mit denen in Berkshire Hathaway auch zusätzliches Geld verdient wird. So, es gibt aber noch einen zweiten, der mit Optionen gemacht wird. Und das ist, in einem Artikel, ich blende das hier auch nochmal ein, etwas weiter unten, das sehr, sehr stark auf Indizes gesetzt wird. Das heißt, Optionen auf Indizes. Warum? Weil Optionen unterliegen ja oft der Volatilität, also nicht oft, unterliegen der Volatilität. Das heißt, wenn die Volatilität ansteigt, Kurse fallen, dann werden Optionen meistens teurer. Und die Volatilität sorgt oft für eine Überreaktion, das ist so ein bisschen dieses Mr. Market. Und deswegen ist es zu Zeiten, wo die Volatilität sehr hoch ist und die Aktienmärkte sehr weit runtergehen, auch für ihn in seiner Strategie sehr, sehr lukrativ, dort Optionen zu platzieren, um einfach sich einen Vorteil zu holen und statistisch eine Position aufzubauen, mit der er mit sehr, sehr geringer Wahrscheinlichkeit verlieren kann. Denn wenn wir uns das mal vorstellen, was hier zum Beispiel gemacht ist, ich mache mal hier nochmal kurz den anderen Screenshot auf. Das ist nämlich Short Puts on Index hier. Das ist von Option Alpha. Dass, wenn ein Index sehr, sehr stark runtergeht, unter dem Stand des Index noch Optionen verkauft werden oder knapp darüber. Und dann sind das Optionen, die sehr, sehr langlaufend sind. Man sagt, okay, was ist denn in ein paar Jahren? Wird es denn weiter wirklich so schlecht vorangehen? Und die Historie hat uns ja gezeigt, dass es nicht so ist. Das heißt, die Historie zeigt ja, dass die Aktienmärkte langfristig eigentlich eher steigen. Und dadurch setzt er einfach darauf, dass wir eine Überreaktion haben in dem Abverkaufverhalten und dass diese Panik sich legen wird und das Ganze dann hochgeht und dann auch hier wieder die Option wertlos verfallen und er dadurch halt die Gewinne einbalten kann. Und wenn das bei Coca-Cola noch Millionen waren, sind das halt, je nachdem, wenn man es jetzt aufs Index macht und guckt, was Berkshire Hathaway eigentlich macht, dann eher Milliarden in dem Bereich, in den es geht. Und das sind natürlich sehr, sehr lukrative Einnahmequellen, bei denen man überhaupt nicht voraussagen muss, wie entwickelt sich denn jetzt XY-Unternehmen? Es ist eher, dass er sagt, ich glaube nicht, dass es sich hierhin entwickelt oder hier würde ich es halt sowieso nehmen. Das ist halt eine super Sache und ich war sehr, sehr überrascht, dass es doch genau so auch von ihm umgesetzt wurde, weil mir war das die meiste Zeit einfach nicht bewusst. Und das ist sozusagen der erste geheime Hebel des Warren Buffetts. Die beiden Artikel, auch wenn ich hier die Screenshots schon mal eingeblendet habe, die verlinke ich nochmal hier drunter in der Videobeschreibung. Und was mich jetzt interessieren würde, war dir das bereits bewusst oder war dir das neu oder kennst du vielleicht noch ein paar andere Hebel oder weißt vielleicht schon einen der Nächsten, der es sein wird. Ansonsten freut es mich natürlich, wenn du das Video bis hierhin angeguckt hast. Like es und abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast und dir das Ganze gefallen hat. Und ansonsten findest du hier noch weitere Videos, die dich auf deinem Weg weiterbringen oder uns, weil wir machen das hier als Gemeinschaft. Und ansonsten freue ich mich natürlich, dich auch im nächsten Video wiederzusehen. Ich sage bis dahin alles Gute, weiterhin einen erfolgreichen Tag und ciao.